Also wir haben einmal zwei verschiedene Hardware-Varianten, um den beiden Märkten, also vor allem dem europäischen Netz und dem amerikanischen Netz, die beste Hardware zu ermöglichen und maximale Ladeleistung zu ermöglichen. Das äußert sich in zwei Hardware-Varianten. Genau, dann haben wir noch einmal softwareseitig die Unterscheidung zwischen einer Standalone-Variante und einer Slave-Variante. Okay, erklär kurz. Genau, also die Standalone-Variante ist eine ganzheitliche Lösung. Dementsprechend macht der OBC die Ladekommunikation mit der Ladesäule und der Kunde muss in dem Fall dann nur den Ladewunsch und die Limitierungen des Fahrzeugs an den OBC übermitteln.